Mein Vater, er wurde erschossen. Meine Mama hat sich darum gekümmert, mich auf Deutschland zu bringen. Ich habe immer viel gelesen über die Türkei und den Grunenkonflikt. Und warum mein Vater ums Leben kam. Ich habe keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich meine Ahnung habe. Wir sind nicht so, wie es der Hüte geht, aber es ist auch nicht so, wie es der Weg geht. Das war, das war, das war, das war. Ich weiß, dass es schwer ist in der kurdischen Politik, in der Türkei, aber ich würde niemals aufgeben. Ich muss dafür sorgen, dass den Menschen nichts passiert. Das war, das war, das war, das war. Das war, das war, das war. Das war, das war, das war. 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 Das war, das war.